Was haben wir hier? Das sieht müde aus. Ein paar Sekunden haben wir jetzt verschenkt. Wenn ich mal kurz in den Spiegel geguckt hatte. Umso mehr müssen wir jetzt rennen. Die Kaffeemaschine. Ja, ist klar. Ach, nö. Das ist doch keine anderen Songs. Aber die gleichen. Was hat er jetzt für wieder getrieben? Das ist im Wasser, komm. Kessel. So, noch acht. Können wir noch mal gucken, ob hier hinten was war. Alles, alles? Ist alles sauber? Jo. Erstmal direkt hier das Wein. Das Wein schon. Mein Handy. Der Müll. Der Spaßbolzen hier. Lass den Fernseher aus. Lass mir eher beim Aufräumer helfen, Junge. Also, wirklich. Das machst du auch nicht, ne? Aber mich trollen. Mit Quietschen, Händchen und Mausefallen. Und shit. Du kriegst keinen Kaffee. Du bist eh schon aufgedreht genug. Also, wirklich. Na, gib mir den Teller. Ich hab doch keine Zeit. Boah, ich häng schon wieder. Boah, ich häng schon wieder. Ah, die Mausefalle, Schatz. Ah, die, jetzt haben wir Mausefallen. So. Zusätzlich zu Quietschen, Händchen und Chips. Essen haben wir eingesammelt. Essen haben wir eingesammelt. Hier wieder raus. Hier liegt doch schon wieder ein Quietschen, Händchen. So, eine halbe Stunde noch. Oh, mein Handy. Ah, Schicht vorbei. Hiha. So, wir sind jetzt bei Nacht 22. Schauen wir mal, was er sich jetzt einfallen lässt für uns. Wie gesagt, der aktuelle Stand ist, wir haben Chips-Tüten auf dem Boden, wir haben Quietschen, Händchen und wir haben Mausefallen. Und wir müssen elf, äh, ne, zwölf Minus sammeln. Und er trollt uns weiter. Und er trollt uns viel, viel früher schon. Und er versucht dauernd an den Kaffee zu kommen. Und er spricht von mir keinen Kaffee. Weil er ist eh schon total abgedreht. Ne? Sonst würde er ja hier nicht so ein Tampamp machen. Ne, der kriegt auch keinen Kaffee, Chrissy. Das können wir nicht machen. Sonst dreht er ja noch mehr am Rappeln. Und dauernd geht der an mein Handy. Das will ich nicht. Komm. Es geht gar nicht, dass der an mein Handy geht. Keine Bestellung nach Mitternacht. Danke. Richtig? Ja. Oh, das Faxgerät. Da ist ein Quietschhändchen. Quietschhändchen. Ja. Lach du mal. Jetzt klingelt das andere Telefon hier. Da ist die Mausefalle. Nein. Keine Bestellung hier. Autsch. Das war wie der Schiffs. Ich träume heute Nacht von diesem Lachen. Staubs. Au. Oh, der kommt gleich. Falsches Gerät. So Autsch, ja, ja Ich brauche noch drei Essen Alter Was ist das Ding aus? So, wir brauchen noch ein Essen Ein Essen, ein Essen Da Hör auf den Fisch immer an zu serfen hier Bist aber auch selbst schuld Wenn du es so herumliegen lässt Ah, Telefon Zack Mausefallen Wirklich sehr stürmisch draußen Wir sind ja hier echt am ADW Wer möchte denn bitte freiwillig hier arbeiten? Oh, der Wecker Gott sei Dank, wir haben es geschafft Ich kann es ja leider nicht wegpacken, Chrissy So, Nacht 23 Wenigstens gibt es ja nicht so viele Wege wie in Pineville Drive In dem Haus Wo ich mich nach der zwölften Nacht nicht mehr zurecht finde So, ich habe ja jetzt noch Essen in der Tasche Und schon wieder Chrissy, guck mal Ich habe versucht schon wieder einen Kaffee zu kommen Wie dreist So Und mein Handy Der lässt aber auch nicht die Finger von meinem Handy Da lachst du Dann haben wir erst das Menü Und dann Oh Gott Die Sex-Hutline Gleich klopft der andere aus dem Jenseits wieder Meine Güte Komm Und das nächste Telefon Ja, ich glaube es ja nicht Gibt nichts So, noch acht Menüs Ich glaube da hinten war noch ein bisschen was Oder Ja, hier Danach haben wir alle Hier hinten Alter Der kann aber auch die Finger nicht von den Geräten lassen Dass ein alter Indianer überhaupt weiß, wie er das hier alles zu beliehen hat Aus, ne Dürft ihr doch eigentlich gar nicht kennen Ja, ja Ich soll hier Ich kümmere mich Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ah Ist klar Erstmal durch zwei Entchen gelaufen Das nächste Da ist auch noch was Also ehrlich Auf die Scholle ist auch ganz heiß Na Na Alter So So Das hier und dann noch der Burger von der Theke, glaube ich Lasst den verdammten Fisch in Ruhe Mein lieber Aber das kostet ganze Zeit, was der eben im Ümmel treibt Wir haben nur noch eine halbe Stunde Jetzt hat er wieder mein Handy Er hat auch mein Handy immer anzukrapschen Immer das Lachen im Mittelgrund